Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir und dem Trainer MG muss mit. So, wir können wieder mal trainieren und das tun wir auch. Heute ist James mal nicht dran, er könnte zwar, aber... So, wir gehen heute mal von hinten rein, also das ist auf jeden Fall schon mal Sache. So, die Meseneß, die Meseneß darf hier trainieren. Dann, ein aufstrebender Star mal wieder. So, El Rondo, direkt von Anfang, also Respec. So, habe ich noch Außenverteidiger wohl eher nicht? Nö, nö, du. Da ist 18 mittlerweile. So, Torhüter, ich hatte doch noch einen. Schütz ist verletzt, das sehe ich jetzt schon. So, Av... Av... Jaya. Av... Jaya. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Mir unbegreiflich. Auf jeden Fall ein sehr groß in Zukunft wird ihm hier einfach mal prophesied. Deswegen... Was fördern wir hier? Mach mal ein Tempo-Dribbling. Mach mal ein Tempo-Dribbling. Muss einfach mal. So. Kessel muss gefördert werden. Auf jeden Fall. Der kriegt Ballbesitz halten. Außenverteidiger, Mittelfeld. Gosenes. Gosenes darf ich nicht vergessen. Komm, Ballbesitz halten kriegt er auch. Und... Kessel habe ich. Meffert darf ich nicht vergessen. Meffert. Meffert. Der kriegt auch einen Dribbling-Parcours. Und dann simulieren wir die ganze Sache mal. Ich bin gespannt, was hier bei rumkommt. Ob man die Leute gut gefördert hat. Ja. Es kommt ein bisschen was bei rum. Finde ich schon mal gut. Also, Training beenden für heute. Wir haben hier eine Nachricht. Spieler verletzt. Es ist... Acht Wochen. Also, die Saison ist für Schütz gelaufen. Das ist natürlich schade. Also, acht Wochen ist heftig. So. Deswegen Schütz. Bye-bye. Bernd darf kommen. Und... Ja. Wen bringe ich? Dafür? Ja. Kluge. Kluge muss kommen. Es ist dann halt wieder die Möglichkeit für ihn. Sich eventuell wieder in die erste Mannschaft zu spielen. Ja. Auf sowas muss man halt einfach mal warten. So. Die Düsseldorfer haben gepatzt. Was ich gerade sehe. Ja. Die haben gepatzt. Die haben nur einen Unentschieden gespielt. Hat ihnen natürlich nicht so viel gebracht. Aktuell ist er aus Chile. Gucken wir mal rein. Habt ihr einen Linksverteidiger für mich? Nö. Ist schade. Aber naja. Hesel. Hesel hat den Vertrag verlängert. Finde ich gut. Aktuell ist er aus Deutschland. Fahm so schön lang. Also, drei Jahre. Er wollte ja nur ein Jahr. Linksverteidiger kriegt wieder nicht. Pressekonferenz. Und wir loben unsere Leute mal heute. Es muss nicht immer nur die Peitsche kommen. Da muss auch mal Lob raus. Weil sonst wollen sie irgendwann nicht mehr. Ist aber auch irgendwo klar. Weil, ne. Ist dann auch schon wieder selbstverständlich. So. Gegen Paderborn dürfen wir spielen. Die sind dritter der Tabelle. Also, erster gegen den dritten. Die wollen uns natürlich straucheln sehen. Nicht, dass sie hier in die Relegation müssen. Sondern irgendwie direkt reinkommen. Wir wollen natürlich die Punkte mitnehmen. Damit wir den Vorsprung auf Düsseldorf natürlich halten. So. Sieht man auch gerade recht schön. Top-Torjäger Kloos. Der Zweite in der Reihe hier. Also, Kloos ist auf jeden Fall ein gesetzter Mann heute. Also, wenn, dann muss man diesen Ruhm ihm schon zuteil werden lassen. So. Werden wir heute ein bisschen etwas abändern. Junglas. Peres bleibt drin. Peres bleibt drin. Ich glaube, ich nehme heute mal lang raus. Der muss heute mal ein bisschen Pause machen. Ähm. Ist vielleicht mal besser so. So. Schriftler darf heute wieder spielen. Dick wird sich natürlich auch beschweren. Dass er hier nicht spielen darf. Aber naja. Affane. Ähm. Ich glaube, ich bring heute nochmal Kessel. Einfach nur. Weil ich es kann. Jameson ist ein bisschen fertig. Kloos ist ein bisschen fertig. Aber ich glaube, die beiden können sich soweit motivieren, dass sie heute nochmal Vollgas geben. Und hier was reisen. Äh. Hoba bringe ich heute auch nochmal. Und sage, los geht's. Ins Spiel. Wir sind daheim. Also, die Fans wollen was sehen. Ähm. Auf jeden Fall. So. Das mache ich jetzt heute nicht. Ich habe momentan auch die Skill-Challenges, auch wenn sie ab und an recht lustig sind, heute keine Lust mehr. Also, lasse ich es mal. So, Bielefeld gegen SC Paderborn. Ein Spitzenduell auf hohem Niveau auf jeden Fall. Wir sind natürlich sehr gespannt, äh, wie diese Partie einfach mal ist heute. So, die Paderborner gehen auch direkt ran und versuchen hier den Druck zu machen. Ist aber auch schön. Es bietet natürlich Hang zu Fehlern. Boah, da sind wir eigentlich nochmal gut dazwischen gekommen. So, schön zu Perez. Wer geht da in der Mitte? Hoba. Ah, schade. So, Kessel hat sich in die Mitte orientiert. Kann man ja mal machen. Oh, schöner Schuss. Kann man ja mal probieren. Also, wenn er sich schon in die Mitte orientiert, dann kann man auch mal so durchziehen. Schön die Paderborner hier gestoppt. So, Klos. Ah, wird hier aufgehalten. Zu eigensinnig. Der will natürlich hier den Ball nochmal versenken. Er will hier mitspielen, um die Torschützenkrone. So, Jameson. Ah, komm ey. Wird so weggetackelt und dann ist der Ball mal weg. Aber wir können uns schon gut vorm Tor der Paderborner postieren. Da können wir schon mal stolz sein auf uns. Boah, komm ey. Dann wären wir hier schon wieder grausam vom Ball getrennt. So, Paderborner hier ein bisschen unter Druck setzen. Jameson. Wollte mal den Doppelpass spielen. Mit Klos zusammen und Jameson. Also, na. Es. Oh. Was war denn das jetzt für ein ausgestrecktes Bein. Also, Jameson, da kannst du von Glück sagen, dass du nur eine gelbe bekommen hast. Also, holler die Ballfee. Das war schon ruppig. So, da sind wir schön drin. Da sind wir schön ran. So, dranbleiben. So, Paderborner versuchen es natürlich auch, sich die Möglichkeiten zu holen. So, Kessel am Ball. Macht hier schön zu Bernd. Jameson. Zu Klos. Oh, wo war denn der bitte hin? Der war auch nicht so Premium. Ah, spätestens im 16er drin machen wir die Fehler. Also, vielleicht heute eher die Distanzschützen gefragt. Also, werden wir demnächst mal so einen Distanzschuss ausprobieren. Wenn uns die Paderborner mal wieder den Ball überlassen. Die meinen so, ja, das ist unser Ball. Wir spielen alleine. So, hier mit Druck den Pass gespielt. Bernd verliert ihn aber. In der 1 gegen 1 Situation. So, Schuppa muss ein bisschen nachgreifen. Ah, kriegt nicht ganz. So, Jameson muss ein bisschen aufpassen. So, schön dazwischen gewesen. So, Boba. Sieht er eine Lücke? Ja. Oh, aber Klos kommt nicht hin. Ich hab's heute nicht unbedingt mit Namen. So, dranbleiben. Ei, ei, ei. Die Paderborner suchen sich schon eine Lücke aus. So, Perez. Auch in die Mitte orientiert. Was ist denn da heute los? Boah, nee. Da hab ich dir keine Anspielstation gesehen. Statt dass ich mich dann einfach mal zurück orientiere. Nee. Ich will immer drauf und dran gehen. So, da sind wir gut gestanden. So, Perez. Also, wo du mittlerweile rumläufst, ist ja nicht mehr feierlich. Ah, shit. Falscher Pass. So, Perez. Oh, der kommt zu Klos. Schöner Schuss. Mal einen Versuch wert. Unsere Ecke ist da. So, Ecke. Kommt. Kommt schon hin rein. Ah, der geht drüber. Wer war dran? Ich weiß es nicht. Wir waren dran. Schiri hab ich dann auch nicht mehr beobachtet, was er so gezeigt hat. Ah, Kopfballduelle sind nicht unser Bier unbedingt. So, aber wir haben den Ballbesitz. Klos am Ball. Ah, Paderborn schalte Klos hier gut aus. So, dranbleiben. Nicht hier die Paderborner hier zum Schuss kommen lassen. Das kann natürlich gut und gerne passieren. Umsonst sind sie natürlich nicht Dritter. Ja, da kann viel passieren. So, Auswurf hier. Wunderschön. Wunderbar. Klos nimmt den an. Schön zu Hover. Kommt mal zu Klos hier. Ah, Jameson. Ah, war in der Lücke. Hat ihn aber nicht. Hat sich aber hier nicht durchzwängen können durch diese kleine Lücke. Ein bisschen schade. So, schön dazwischen gegangen. Schuppern. Spielt den Ball ins Aus. Nicht so gut. Oh, Paderborn will nach vorne. Das merkt man ein bisschen. So, hier schön den Spieler abgedrängt. Kein Thema, du. So, hier schön zu Jameson. So, Kessel läuft hier über dem Flügel. Flanke kommt. Hover nimmt den an, aber kann den nicht mitnehmen. Schade. Also, ist schön in die Mitte gedrängt. Oder gelaufen. Kann man schon mal machen. Also, das hätte auch gefährlich für die Paderborner enden können. Ja, Kessel den Schritt zu langsam. So, den haben wir im Spiel halten können. Wunderbar. Ah, Kessel. Sieht. Hover. Schöner Schuss. Ah, da können wir nicht mehr draufhalten. Aber eine Ecke haben wir. Ecke kommt. Perestriti. Sie. Ah, schade. Jameson. Ah, schade. Da kommen wir einfach nicht durch. So. Ball haben wir. Zwei Minuten Nachspielzeit nur. So. Und die erste Minute ist auch schon um. So. Perest. Über dem Flügel. So. Kriegt hier Platz durch diese Grätsche. Klo steht gut. Putz. Drin ist er. 1-0. In der 45. Minute. Nein. Bernd war es. Der andere Blondschopf. Bernd stand da. Und hat dahin geköpft. Ja. Umhalber für den Keeper. Oder dran war er ja. Aber er hat ihn halt nicht festhalten können. Ah. Halbzeit. Und 1-0 Führung. Das ist schon mal sehr gut. Düsseldorf liegt 1-0 für. Vorhin gingen die 60er. Zur Halbzeit. So. Zweite Hälfte. Wir haben Anstoß. Und lassen es erst mal gemächlich angehen. Erst mal ein bisschen Zuversicht hier nochmal schöpfen. Damit wir hier auch ganz kontrolliert alles machen. Schön wie Kessel hier nochmal nachgelaufen ist. Schuppern ist auch da. Schön nochmal zu Kessel. Kessel kriegt hier Platz an die Latte gehauen. Schade. Wie auf einmal der Platz hier auftaucht. Kessel springt der Ball hier nochmal vor den Fuß. Nicht zu viel spielen. Gehen wir mal hier ab zu Perez. Hier nochmal. Wollte ich nochmal rüber geben. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. Schade. Pader Borna kommen hier mit Druck. So. Aber den Ball. Boah. Können wir schon mal bremsen. Also der Konter war nicht gegeben. So. Lang. Schöner. Ne. Schriftler war es. So. Klos. Boah. Gleich mal. Wenn der Ball auf Klos kommt. Sofort zwei Mann um ihn rum. Also richtig krass. Die wissen halt wer unsere Top-Torschützen sind. Da müssen halt heute mal andere Leute ran. So. Schön von Schriftler abgenommen. Ah. Falscher Pass. Kriegt natürlich dann Jameson nicht diesen Ball. So. Aber der geht hier schön. Kann hier den Ball nochmal mitnehmen. Kann hier auch nochmal rein. Kann abziehen. Putz drin ist er. 2-0. 57. Minute. Schön wie er sich da den Ball ergaunert. Ja. Wollte er mit der Grätsche lösen. Der Gegner. Aber. Da haut Jameson wunderschön den Ball da rein. 2-0. So muss es sein. Jameson wunderbar gemacht. Von Anfang bis Ende. Einfach nur geil gespielt. Kann man mal so sagen. So. Hober. Sieht Kissel da unten. Der mittlerweile ein bisschen platt ist. Er ist aber jung und kann sowas ab. Wir müssen bald mal wechseln. Wir müssen bald mal wechseln. Also das auf jeden Fall. So. Ich will heute. Ja gut. Müssen wir vielleicht dann Klos mal rausnehmen. Jameson will ich durchspielen lassen. Vielleicht macht er noch ein Törchen. Vielleicht kriegt er dann wieder eine Aufwärtstendenz. Tut ihm sicherlich gut. So. Dranbleiben. Oh. Dranbleiben. So. Schön zu Klos. So. Der sucht sich die Lücke. Spielst du schön zu Schriftler. Der leider hier den Ball nicht mitnehmen kann. So. Jetzt haben wir aber erstmal Zeit hier umzusortieren. Nöte kommt. Das auf jeden Fall. Hober. Macht auch ein geiles Spiel irgendwo. Aber er ist ein bisschen platt. Junglas darf kommen. So. Und wer kommt heute noch? Hohring. Hohring kommt heute auch noch für Burmeister. So. Dann haben wir da wieder mal munter gewechselt. So wie es sein sollte. Muss ab und an. Mal sein. Dass wir auch mal andere Leute wechseln. Und nicht immer dieselben. Und Hohring. In Gottes Namen. Wir brauchen die Innenverteidiger. Spätestens wenn wir wieder im DFB Pokal nächstes Jahr mitspielen. Oder nächste Saison. Und ja. Dann muss man da einfach mal da sein. So. Huber. Oh. Shit. Da verliert er mal den Ball. Schön gegrätscht. Boah. Paderborn. Da können es auch. So. Kessel macht es auch. Ja. Schade. Können wir nicht behalten. So. Kessel lasse ich heute totlaufen. Damit er seine Ausdauer einfach mal steigert. Dass er sieht. Hey. Ich brauche Ausdauer. So. Jameson. Auch schon ein bisschen fertig vom Spiel. Er geht aber hier gut rein. Boah. Wird hier zu Fall gebracht. Aber kein Foulspiel. Kein nichts. Kein gar nichts. Platz. So. Und wieder nach vorn. Perez ist da. Hat Platz. Kann die Flanke bringen. Jameson. Kommt hier nicht hin. Da wird zur Ecke geklärt. Und jetzt sind auch unsere Einwechslungen dran. Dann. So. Unsere drei Stück. So. Ecke. Kommt. Von Perez getreten. Oh. Junglas. Was war denn das jetzt bitte? Will hier einen Fallrückzieher probieren. Kann man ja mal machen. Aber. Ja gut. Bei einer 2-0-Führung. So. Schön den Ball abgenommen. Hier hinten. So. Nöte ist da. Bedient hier. Jameson. Oder nee. Junglas wäre es gewesen. Jameson zieht sich ein bisschen zurück. Der ist auch ein bisschen durch. Hat auch viel gespielt. Die letzten Wochen. Also. Da war schon mal ein bisschen. Verschnaufen auf dem Platz. Aber trotzdem müssen wir hinten aufpassen. Es kann schnell. Böse ausgehen. Das war an die Latte. So. Schuppern. Schön dabei gewesen. So. Nöte. Lauf mein Guder. So. Zieh in die Mitte. Yo. Er zieht rein. Ah. Ich wollte mit Gewalt hier Jameson nochmal bedienen. Wieso auch immer. So. Kessel hüpft jetzt nicht unbedingt so hoch wie ich es gerne hätte. Aber. Naja. Kann man nichts machen. So. Dranbleiben. Hoffballuell. Wunderbar. So. Ab nach vorne mit dem Ball. Jungglas. Ah. Schade. Kommt nicht ganz zu Nöte. Ja. Grätsche vorbeigesetzt. Hier die letzten Minuten. So. Paderborner wollen natürlich hier noch irgendwas versuchen um uns in Straucheln zu bringen. So. Jungglas läuft ein paar Meter. Oder ein paar Meter mehr. Bringt den Ball dann zu Nöte. Nöte. Kommt zu Fall. Wieder nichts. Da wurde wieder mal ein schönes Tackling gemacht. Im 16er. Auch wenn ich ab und zu gerne mal den Elfer sehen würde. Auch wenn es keiner ist. Das ist normal wenn jemand fällt. Wenn man dann natürlich das Faustspiel beim Gegner sieht. Aber wir sind 2-0 vorne. Da muss man nicht unbedingt die Elfer kriegen. Schöner Schuss. Aber der war einfach nur drüber von den Paderbornern. Die haben sich glaube ich schon ein bisschen aufgegeben. So. Hiesel. Weiter Ball. Wie Ionier. Schöner Kopfball. Schön zu Kessel. 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 Irgendwie so. So. Schön gegrätscht. Und da ist vorbei. Wir gewinnen. 2-0. Gegen den dritten. Paderborn. Wieder 3 Punkte auf unser Konto. Wir haben es nötig. Also momentan haben wir wieder mal so einen richtigen Drang zum Siegen. Und so kann es weitergehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat. Seid ihr bitte morgen auch dabei. Das würde mich freuen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.